Hallo. Wie du sicher weißt, ernähren sich Pflanzen durch die Photosynthese. Aber hast du dich schon einmal gefragt, wie man darauf kam, dass Pflanzen Photosynthese betreiben können und sich auf diese Weise ernähren können? Und wie man herausgefunden hat, dass Pflanzen Kohlenstoffdioxid und Wasser aufnehmen und daraus Sauerstoff und Biomasse machen können? Das hat man schon vor einigen 100 Jahren herausgefunden. Und wie genau, das zeigt dir dieses Video. Schau's dir einfach an. Bis vor einigen hundert Jahren nahm man an, dass Pflanzen aus der Erde Substanzen aufnehmen und diese für den Aufbau ihrer Biomasse, also zum Beispiel für neue Blätter oder Äste, aufnehmen. Der Naturforscher van Helmond machte dann um 1600 ein Experiment zum Wachstum von Bäumen. Er wollte damit überprüfen, ob Pflanzen tatsächlich alle Substanzen, die sie für ihr Wachstum benötigen, aus der Erde aufnehmen. Er pflanzte dazu einen jungen Weidenbaum in ein mit Erde gefülltes Pflanzengefäß. Vorher bestimmte er die Masse des Baumes und der trockenen Erde. Der Weidenbaum wog 2,5 Kilogramm und das verwendete Pflanzgefäß mit der Erde 91 Kilogramm. Über fünf Jahre hinweg wurde der Weidenbaum ausreichend gegossen und wuchs in dem Pflanzengefäß. Der Weidenbaum wog nach dieser Zeit 77,5 Kilogramm, die Erde zusammen mit dem Gefäß 90,44 Kilogramm. Das heißt, dass der Weidenbaum über 70 Kilogramm an Gewicht zugenommen hatte, obwohl die Masse der Erde in dem Pflanzgefäß nur um wenige Gramm abgenommen hatte. Daraus schloss van Helmond, dass der Massenzuwachs des Baumes nicht aus der Erde stammen konnte. Die Zunahme der Masse führte van Helmond auf die Aufnahme von Wasser zurück, da dem Baum ausschließlich Wasser gegeben worden war. Damit hatte der Forscher recht. Wie wir heute wissen, wird von der Pflanze tatsächlich Wasser aufgenommen und in der Photosynthese gespalten. Allerdings war zu dieser Zeit noch völlig unklar, dass auch Substanzen aus der Luft von der Pflanze aufgenommen werden und in pflanzliche Biomasse umgewandelt werden. Hast du eine Idee, wie man das herausfinden konnte? Der englische Naturforscher Priestley verwendete Glasglocken, um einen Raum zu schaffen, der von der Umwelt abgeschlossen ist und bei dem kein Gasaustausch mit der Außenwelt möglich ist. Er fand 1771 heraus, dass Gase aus der Luft für die Ernährung einer Pflanze wichtig sind. Der Forscher stellte fest, dass eine Maus stirbt, wenn sie unter eine Glasglocke gesetzt wird. Die Luft unter der Glasglocke wird von der Maus sozusagen verschlechtert und die Maus erstickt. Auch eine Pflanze kann alleine unter einer Glasglocke nicht leben und stirbt ebenso. Werden aber Pflanze und Maus gemeinsam unter eine Glasglocke gesetzt, können beide überleben. Daraus konnte der Forscher schließen, dass von der Maus die Luft verschlechtert wird und die Luft von der Pflanze sozusagen wieder verbessert wird. Andere Wissenschaftler stellten fest, dass die beiden Gase Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid für diese Versuchsergebnisse zuständig sind. Die Maus atmet Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid wieder aus. Kohlenstoffdioxid wird dann von der Pflanze aufgenommen und für die Photosynthese verwendet. Bei der Photosynthese entsteht dann Sauerstoff, der dann wieder den Tieren zur Verfügung steht. Es wurde auch beobachtet, dass für die Photosynthese Licht benötigt wird. Jetzt hast du gesehen, wie man die Photosynthese entdeckt hat. Damals wusste man natürlich noch nichts von den genauen Abläufen in der Pflanze. Man hat durch einfache Beobachtung festgestellt, dass Pflanzen wachsen und dabei die aufgenommenen Substanzen nicht aus der Erde stammen. Stattdessen nehmen die Pflanzen Wasser auf. Durch Experimente mit Glasglocken fand man heraus, dass Licht und auch Gase, nämlich Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid, bei der Ernährung der Pflanze, also bei der Photosynthese, eine Rolle spielen. Tschüss und bis zum nächsten Mal! Tschüss und bis zum nächsten Mal!